Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, heute habe ich mal wieder ein Fußballquiz, wo ihr Mannschaften erraten müsst. Heute müsst ihr erraten, welche Mannschaft öfters Meister geworden ist, Champions League Sieger geworden ist oder den Pokal gewonnen hat. Mannschaften aus ganz Europa, Serie A, La Liga, Bundesliga, aus Holland. Und diese Quiz-ID stammt von Siegbert. Danke Siegbert. Dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020